Ey, yo, was geht ab? Wieder mal Micros One und wieder mal Meat Boy. Die Moderation geht langsam auf den Sack, dass ich jedes Mal, ey, yo, was geht ab? Und hier ist Meat Boy und Micros One und bla bla bla. Naja, langsam wird es irgendwie ein bisschen nerven. Egal, auf jeden Fall, äh, wir machen auf jeden Fall diesmal lolol, was ich das letzte Mal nicht gemacht habe. Also auf ins das lolische Level, so ab geht's, würde ich mal sagen. Jambidu, sechs Level, okay, ab geht's, lolol. Und wir beginnen mit Kid. Und das Level war extremst schwer. Oh mein Gott, es hat mich total überfordert. Und wir sind Brownie und sind auf dem Weg nach unten. Äh, klasse Level, super Level, oh, Bandage Girl, hab's schon gefunden. Super Level Design auf jeden Fall. Ähm, ja, Kreativität, äh, einfach nur top und so. Da war ein ganz cleverer Kerl am Werk. Joopro, runter zu dir. Hello, Bandage Girl. So, ähm, wir sind Brownie immer noch. Brownie ist irgendwie cool, aber ich hab grad keine Ahnung, was der irgendwie kann. Ich glaub, der kann uns gleich irgendwie träumen. Und da ist Bandage Girl. Ist hier noch irgendwo was? Hm, hier war mal nix. Vielleicht irgendwo da oben. Los, du Kackhaufen. Spring! Und da war auch nix. Bandage Girl, Volltreffer. Yeah. Äh, wir sind Okmo. Okmo ist, äh, so cool und so. Okmo, oh yeah. Okmo kann ein Double Charm. Okay. Und hier ist einiges los, auf jeden Fall. Das, äh, sag ich nicht sehr, äh. Äh, okay. Das war wieder einfach. Das war wieder einfach. Und Bestenlisten blockiert, äh, spielen als Mieter Ninja, deaktiviert die Bestenliste. Bestenlisten. Okay, äh, soll mir recht sein. Das hier ist, ähm, der Miet Ninja, oder der Ninja Miet Boy. Und ich springe in die einzige Säge, die hier kommt. So, auf jeden Fall, äh, ich glaube, den, ich glaube, ich weiß es, äh, den bekommt man, wenn man in das Spiel, äh, durchgezogen hat, ich glaube, zu 100% oder einfach so durchgespielt hat, ich weiß nicht genau. Ich hatte ihn auf jeden Fall schon mal, das ist, äh, cool, weil ich habe das Spiel auch schon durchgespielt, ja, das ist richtig auf jeden Fall. So, ähm, lolololol ist fertig und, äh, das war richtig, lolololol auf jeden Fall. Ich würde sagen, lolololol, bis dahin und lolisches Püß.